Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Video aus dem Hotel, nicht von der Gamescom, weil das wäre eh nicht spannend für euch, weil ich die ganze Zeit rumlaufe und Stände angucke. Wenn ihr Bock habt, dass ich morgen ein paar Stände filme und euch einfach zeige, wie es dort aussieht, dann schreibt es in die Kommentare bitte. Heute packe ich hier einen Lucky Block aus, den habe ich gekauft auf der Gamescom, dachte ich bin Lucky Block YouTuber gewesen oder mache es immer noch und ich muss es euch einfach zeigen, ich muss das einfach machen und ich bin gespannt was drin ist, es stand drauf, es können sieben verschiedene Dinge drauf sein. Und jetzt öffne ich das mal, ich hoffe ich mache das richtig. Übrigens ist hinter der Kamera die Steffi, die Moderatorin aus dem Livestream-Chat, immer, sag mal Hallo Steffi. Hi. Hi, sie ist nicht sehr motiviert, weil sie hat Hunger. Ich habe übel Hunger. Und jetzt zwisch ich sie dazu, meine Kamerafrau zu sein, aber sie macht das toll. Herzchen an Steffi. Ja. Das war ein richtig genervtes Ohr. So, also, ich habe dieses Ding. Wollt ihr das aus? Nein. Huh, was bist du da drin? So, komm mal her, Steffi. Film doch mal rein. Guck, so sieht es jetzt aus. Jetzt geht mal wieder zurück. Ich hole jetzt immer ein Ding raus und mal gucken, vielleicht kann man danach OPEP equip und dann geht's ab. Was ist das? Oh, eine Handyhülle von Portal 2. Findest du das gut, Steffi? Wow. Du bist so gekünstelt, Mensch. Magst du das haben? Es passt nicht für mein Handy. Ach, schade. Okay. Also, ich habe hier eine Portal 2. Ich gucke mal, ob das bei meinem Handy passt und nehme ich das nicht. Ah, nee. Nur iPhone. Na gut, okay. Ich lege mal auf die Seite. So, als nächstes da drin ist... Oh, der Schiff. Das ist das Map of Hyrule Tea Towel. Okay, ähm... Zelda. Ja, das ist von Zelda. Was ist ein Tea Towel? Tees? Ja, das ist halt ein Tuch. Ein Geschirrtuch. Ein Geschirrtuch? Soll ich doch mal... Ich krieg das nicht auf. Ah, ich krieg's auf. So, ein Geschirrtuch. Wie geil. Guck mal, Leute. Das sind zwei. Das sind zwei. Guck mal. Also, wer von euch Zelda mag, der würde sich da bestimmt freuen. Hier, da ist die Karte von Hyrule drauf. Voll cool. Das finde ich echt cool. So was würde ich mir irgendwie wünschen für, äh... So, so Mittelerde, so Herr der Ringe mäßig, ne? Keine Ahnung. Gut. Zwei Geschirrtücher. Dann haben wir hier... Oh, guck mal. Ein süßes Terranier-Häschen. Ah. Steffi. Machst du dieses Häschen, Steffi? Zum Kuscheln. Ich kuschel lieber mit dir. Oh, wie süß. Ich kuschel lieber mit dem Häschen. Natürlich. Ja, Leute. Ähm, schreibt unbedingt dann auch mal in die Kommentare, äh, welches dieser Dinge wir am besten fandet. Und was haben wir denn da? Das ist denn das? Ein... Huh! Ein Trinkbecker! Kann man immer brauchen. Mit einem Nachthara drauf. Das ist echt cool. Hey, da kann ich mein... So, da kannst du beim Schlafen, weißt du, kannst du hinstellen einfach. Und nachts musst du nicht die Flasche aufdrehen oder so. Kann da irgendwie... Und wenn du verschüttest... Und das kann da nichts reinfliegen. Nee, wenn du verschüttest... Huh, guck mal, es kann sogar nicht rausgehen. Doch, kann natürlich rausgehen. Äh, nee. Nein, das ist dicht. Das ist gut. Das ist echt gut. Cool. So. Ähm. Das war weg. Oh, wow. Wer den Livestream gesehen hat, der kennt auch das. Assassin's Creed, äh, Pop-Movie, äh, so'n Wackelkopf-Dingsbums. Und dann haben wir noch... Oh, was ist denn das? Von Warcraft. So'n Typ. Typ. Ja, was ist das denn? Durotan soll das sein. Das soll... Oh, hat das halt... Oh Gott. Ich dachte, das wär so'n Kobold oder sowas. Okay, das ist Durotan, Leute. Und dann hab ich hier drin... Ja, also... Irgendwas mit Angry Birds TNT. Das ist so'n Windspiel. Ach, ein Windspiel ist das. Das hängt so oben. Der Bird, ein TNT. Und wenn der Wind kommt, man... Drrrrrrrr. Cool, oder? Und jetzt, Steffi, guck mal. Ist da nix drin. Da ist gar nix mehr drin, Steffi. Und ja, ich würd' jetzt einfach mal sagen, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat... Und wenn ihr morgen vielleicht noch mal so'n Unboxing hier sehen wollt... Leute, bei 1000 Likes kaufe ich mir noch mal so'ne Box. Okay? Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.